Das sieht ja nicht aus, das auch. Schau, Glascheiben hier wohl. Etwas größere Fenster. Jetzt können wir den Rest noch reinpacken. Die brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Wir lassen das jetzt auch hier so stehen. Wir grillen noch ein bisschen Fleisch. Jetzt noch mal eine Kohle rein. Dann das da rein. Hopp und hopp und... Komm ich da so? Sieht aus? Toll, eins erst. Dann lohnt es auf jeden Fall noch was. Ach so, hab ich ja schon. Ach, da oben drauf fehlt das. Jetzt kommt es schon her. Dann die anderen drei. Dann brauchen wir mal eine. Hopp, hopp, hopp. Hopp. Soll ich doch noch mal einen Baum fällen? Die machen wir jetzt nochmal hier halt zu. So. Hm. Dann zack. Zack. Hopp. 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 So. So. Ich bin gespannt, ob die reichen. Brauchen wir noch ein paar Stufen? Brauchen wir auch noch? Nee. So. Nein, ey. So. Aber so haben wir es. Gut. Hopp. Und hopp. Kommt. Ja. So. Ja. So. Aber so geht es. Gott. Tja. Halt sie wieder weg hier. Hey. Alter, das gibt es doch gar nicht. Warte, warte, warte. Jetzt haben wir es doch. Tab. Gut, sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. So, wie sieht es aus? Hier haben wir noch einen Erde. Den könnten wir dann eigentlich auch dorthin. Welchen Baum machen wir denn mal weg hier? Wegwärts sagen wir nehmen einfach mal den hier. Das. Und dazu dann noch mal Ach, die hier vorne. Ja. Pflanzen wir da einfach nochmal neu hin. Und dann ist doch die Sache gut. So. Ich kann erstmal alles ein bisschen dick hin. Doch, ich wollte schon kurz sagen, ist noch nicht gewachsen oder was, aber doch, doch. Da war er schon. So, wie sieht es aus? Ach, Apfel haben wir auch. Ich bin ja prächtig. Ich komme noch ein bisschen nach und zusammen. Oh, nur ein paar Sätzchen könnten wir noch langsam haben. Aber wir brauchen jetzt noch ein paar Stufen. Wir brauchen noch ein paar Stufen. Stufen, Stufen, Stufen. Das haben wir hier. So. Ne, die werden nicht reichen. Aber das sollte reichen. So. Aber viel zu viele Treppen. Ach, ich bin doch gar nicht fertig mit den Treppen. Was mache ich denn eigentlich? Ich bin doch so ein Vollhorst. Ähm. Wo geht's denn aus? Ist irgendwas runter? Komm hier. Ne? Nix? Ne? Nein, nein, nein. Doch, da ist einer. Alter, ne? Hier vielleicht was? Nein? Gut. Ähm. Wie komme ich jetzt nicht so hoch, oder was? Das ist ein Witz, oder? Doch, jetzt aber. Ähm. Finde ich nur so ein paar. Hm? Hm? Ja, das darfst du gleich. Ja, das darfst du gar nicht. Jetzt kommt es ja her. Äh. Alter, ne? Das ist... Normal ist das auf jeden Fall nicht. So. Es nimmt langsam Gestalt an. So. Hier. Hopp. 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 So. 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 Wer sagt es denn? Ja. Gut. Sehr schön. Oh. Wir haben so viele. Also können wir auf jeden Fall schon mal durchsagen. Hier auf jeden Fall hin. Hm. Und hier hinten, ne? Da wo wir auch was weggenommen haben. Ähm. Hier einen hin einfach. Und dann nochmal da einen hin. So. Ist irgendwas noch runtergekommen? Noch mehr? Ja. Äh. Ja. Gut. Lass mal so. Äh. Lass mal so. Lass mal wieder weg. Hopp. Geht ja nur darum, dass wir dann genug haben, ne? So. Doch, doch. Ich glaube, das gefällt mir dann auch so. So. Können wir das noch lassen, ne? Dann vielleicht. Ähm. Einfach mal einen. Ach. Hier einfach noch einen hin. So. Und. Sonst. Ja. Den einen lassen wir mal. So. Hopp. Gut. Jetzt kann man den hier reinmachen. Diesen einen hier. Äh. Mach ich denn? So. Den kann man auf jeden Fall. Zack. Zack. So. Im. Pflasterstein kann man auch hier lassen. Brauchen wir nicht. So. Diesen einen Sand. Pff. Auch nicht wirklich, ne? Ähm. Ähm. Apfel nehmen wir auf jeden Fall mit. Cool. Das nehmen wir auch mit zu essen. Das. Kann auch. Hier bleiben. So. Genauso wie das. Ähm. Einmal mit Wasser. Den. Geben wir vielleicht auch mal mit. Äh. Äh. Wie sieht es aus? Essenmäßig was? Ne. Ich würde sagen, erst mal schlafen, ne? Uah. Ja. Wir müssen irgendwie das hier so ein bisschen runterhängen, ne? Äh. Ist mal offen. Wie habe ich hier vorhin noch? Ähm. Wenn ich das... So mache. Äh. Äh. Ich weiß. Ist zwar irgendwo so ein bisschen, äh, Verschwendung. Das weiß ich. Aber, ähm. Ja. Mal ehrlich, ne? Den Raum oben, den nutze ich sowieso nicht. Würde ich sowieso nicht nutzen. Und... Das sieht dann irgendwie so mit wem nicht aus, ne? Dann mache ich lieber hier noch so ein paar Stufen, ne? Wow. Dann ist die Sache gut. Hopp. Hopp. Wir können ja Sicherheitsleute oben auch eine Fackel reinlegen. Äh. Äh. Rein machen wir nicht. So. So. Der. Einfach nur so aus Prinzip, wie man es kann. Hopp. Hopp. Äh. Jetzt ist ja gar nicht hier, ne? So, komm her. Los. Hä? Ach. Ist mir jetzt auch egal. Ist mir egal. Ist mir doch... Doch. Es hätte dann gereicht. Noch einer oben was. Hm? Hm? Hopp. Doch. Ach. So reicht das nämlich. Siehste. Ha. Gut, dass wir es noch gemacht haben. Sehr schön. Ähm. So können wir es lassen. Gut. Ich habe schließlich aufgegangen. Okay. Was brauchen wir jetzt definitiv nicht mehr? Das nehmen wir alles mit. Äh. Eine Wolle. Die brauchen wir auf jeden Fall auch nicht. Die können wir hier lassen. Die Kohle können wir auch nicht auch hier lassen. Komplett. Weil wir werden unterwegs eh Kohle finden. Ein Apfel. Einfach nur so zu naschen. Ist glaube ich auch nichts verkehrt. Hier von vielleicht bist du wachs. Komm hier. Einfach nur dass hier was zu essen ist. So. Du kommst dann nach Dort. Nee. Du kommst das erste Mal. Hier hin. Achso. Wo ist der Kompass drin? Ist ja einer drin, ne? Da kann man auf jeden Fall das Obsidian rein. Die Milch hatte ich gesagt gehabt. Die muss man mitnehmen. Äh. Fleisch kann man auch erstmal reinmachen. Und dann. Und dann. Äh. Die Karte. Zum drauf gucken. Ja. Nein. Nicht mit. Nehm mal. So mit. So. So. Reicht das mal? Pass mal auf. So. Das hier. Okay. Die 17 können wir hier lassen. So. Das reicht nämlich dann. So. Das als Sicherheit. Nur falls wir. Ne. Wegen Hexe und so. Kennen wir ja. Den Kompass. Den kann ich eigentlich. Den kann ich eigentlich hier lassen. So. Die Karte. Da gucken wir jetzt erstmal drauf. Denn da bin auch ich jetzt mal gespannt. So. Okay. Also gut. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal wo unsere Koordinaten sind. Aber. Auf der Karte ist noch nicht irgendwas anderes freigedeckt. Okay. Gut. Ne. Sehr schön. Koordinaten kennen wir jetzt auch. Also kann ich gerade. Würde ich sagen. Hier mit rein. Können wir es auch nicht verlieren. So. Dann kommst du jetzt nach hier. Das ist nicht mehr so gut sein. Ne. So. Wunderprächtig. 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 Haben wir alles. Echt ey. Habe ich keinen? Nein. Gut. Dann. Wie geht es draußen aus? Hm. Hinten schon irgendwas gewachsen? Da. Da ist schon ein bisschen was. Ne. Okay Ah, die hat doch noch nichts gewachsen Die beiden stehen noch da Oh oh, Spinni, Spinni Ja, komm her, was? Ich lasse dich nicht einfach hier so nahen Ja, komm Was? Zack, zack Nehmen wir natürlich mit Okay, dann haben wir es Ja, ist eigentlich jetzt alles hier Was soll man sagen, ein Startler, ne? Ja Also in der nächsten Runde Können wir dann Können wir dann Uns los machen Wunderprächtig Gut, das machen wir aber hier, ne? Ne? So, ganz kurz nochmal nachgucken Wir haben wirklich alles, ne? Was braucht das hier? Die brauche ich nur, würde ich nicht mitnehmen Die können wir auch hier lassen Genauso wie die Fäden Wollen wir auch nicht So Dann Würde ich sagen Geht's los Ja Wie gesagt, wir haben uns da hinten Für den Weg entschieden Deswegen nehmen wir auch den da hinten, ne? So Hinten ging's runter, ne? So Hop Hop Komm Hop Los Ist schon das Essen noch, ne? Ja Wo war das jetzt hier? Hier war's, ne? Oh, 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 oh Äh Hier war's nicht Das war das, äh Ich würde sagen Graben wir uns hier beim nächsten Mal runter, ja? Machen wir's Gut, das machen wir Aber bis dahin Stell ich mich am besten hier hin So So Bedanke mich fürs Zuschauen Bedanke mich für die Geduld Und In der nächsten Folge Geht dann endlich der Abstieg los Und bis dahin Macht's gut Euer Daniel Kuch Ciao, ciao 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 corporations Wenn man Tsch pasa haben